Willkommen zurück. Einergebracht. Baldurs Tor Nr. 3 sind wir hier mal angekommen im letzten Part und haben uns ordentlich ausgerüstet. So wären wir dann hier, hier haben wir sowas Trainingsplatz. Sollte man wirklich nicht stehlen. Hier können wir mal reingucken, ein bisschen Essen. Essen ist hilfreich für einen langen Rast. Ich weiß, was wir mal wieder brauchen. Ah, will. Wir sollten doch mal reden. Dann muss noch jemand für dich trainieren. Ich kann es nicht tun. Ich bin nicht wie du. Umi, ich brauche nicht, dass du wie ich sein soll. Du musst nur genug Zeit kaufen, um zu gehen. Komm schon. Ich glaube in dir. Du kannst das tun. Ich kann jetzt sprechen. Der Bursche ist froh, dass der Fall hier verschwandt eure Zeit. Es ist ein guter Rast. Du solltest ihm herziehen. Hm. Du bist auf dem richtigen Weg, Umi. Geh jetzt. Praktisch, was du gelernt hast. Gut getroffen. Die Blade von Frontier ist auf deiner Seite. Der Manns Schreie brennt nach unten. Und seine Gedanken werden dir. Wenn wir ja potenzieller Begleiter, müssen meine Rast machen, das Team mehr sortieren. Ja, wir müssen. Das ist noch. Da ist noch jemand gekommen, den Götter sei Dank. An jedem Freund gut gebrauchen. Ja. Wenn Sie Verstand schrieen, ey. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Aber ich weiß nicht. Du verstehst Eine Ihre. Ja. Du ... Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A Devil's Advocate. A Champion in the Blood War between Diabolical Forces and Demons. Ja, ja. Wer ist sie? Ist es nicht gefährlich, in den Höhlen auf Herd zu gehen? Tumult euch also mit Teufeln, vielleicht zur gewisser Gesellschaft legen. Und Katus Teufels glaubt ihr, dass sie in den Dupligen Affärungen bringen wird. Die Karlak hat schon durch die Auskunfts gefangen. Ich kann es in der Lage, um die Schle equity zu verhindern. Sie ist Karlak. Sie ist Karlak. Ich verabend bin ich zu sterben. Ich habe sie durch die Hells zu der Mindflayer-Ship. Aber die Belegungser hat mich verabend. Ich habe sie jetzt in der Lage, in den Innoßenten. Ich kann sie nicht verabend. Sie wird sie weg, ich will. Ich will sie weg, ich will. Die Belegungser, sie wird. Wir sollten uns zusammen schließen. Ich helfe euch, die dieser Teufel in den Höhlen zu treiben. Wir haben ein Heilmittel für die Infektion. Wir sollten uns zusammen schließen. Für die Lückbeuerung in Teresbrunnen gehabt. Ich habe eine Verzutung. Nein, das hier. Meine erste Aufgabe ist Karlak. Ich gehe nach ihr. Aber ich will nicht verletzen, dass diese Infektion sehr wunderschön ist. Ich akzeptiere deine Inzitation. Du musst Raum machen, wenn du einen Partner da möchtest. Aber wenn die Zeit kommt, kenne ich für die Bladen. Ich werde nicht lange antworten. Was ist er? So ein Kieriger? Der Paladin müsste sein. Sein Gekotschnacht zu urteilen. Ein wunderbar Plan. Wir werden mehr darüber sprechen. Ein Gehen ist verstanden. Können wir mit ihm noch üben? Das wäre anders. Der Typ mit dem er trainiert hat. Der Uni. Ah ja. Hier bin ich die Nachwuchs-Kämpfer trainiert. Ein bisschen den neuen Waffe trainieren. Ah, ja. Sind das hier die selben Ochsen? Ja, sie sind im Kreis gelaufen. Jetzt gehen wir mal die Richtung weiter. Hier ist eine Tür die verschlossen ist. Das nehmen wir nicht. Provisorisches Gefängnis. Oh, das ist das. Ich weiß nicht. Okay, das ist ein Verständnis, wir haben auch beste Freunde mit Geld. Ich mach den eigentlich nicht so, aber er ist mit uns oft in der Meinung. Gedankenwahrnehmung und ne. Einschüchtern, na. Er schießt mich ganz einfach, oder? Das würde ich Canon nicht rechnen. Er würde sich nicht ändern. Ja. Oh, kacke. Wir dürfen nicht verkacken. Personenbefugt. Zaubern. Freunde. Machen wir Freunde hier. Auf geht's. Wow, 20, 15. Let's 20. Kritischer Erfolg. Die ist jetzt wirklich unsere Freundin. Kritischer Erfolg. Nice. Ich nehm mal die paar Antworten. Also kein Zielscheibe ist immer eine Person. Wenn sie stirbt nimmt sie ihr Wissen mit dem Skarb. Ein Goblin gefühlt ihr entscheidet nicht über ihr Leben. Weil Rache ein Auffrist. Ich würde den Goblins zwei Siege an einem Tag bescheren. Ich habe meine Gründe. Ich werde jetzt noch immer eine Geschichte erzählen. Eine, die ich hören will. Ja, ist schon... Das hier. Okay, wir müssen die Jungen befreien. Wir sind jetzt mit meinem Platz. Wir haben bisher schon viel Höchst gefangen. Ähm wir? Wir sind ein paar Schüsse. Wir haben keine Probleme gemacht. Seit du mich liebsem will, habe ich gesehen. Ich bin ein sehr guter Wunderschön und Wunderschön. Wie du mit den Tension zwischen Zevlora und Aradyn und wie du bist in front einer Crossbowen, um zu verabschieden zu sterben. Ich bin ein sehr guter. Ich bin ein Wunderschön. Ich bin ziemlich ehrlich, ich bin ich. Der Grund, warum ich ein Punkt zu sagen, ist, dass ich mich zufrieden bin, um dir etwas zu erzählen, dass ich noch etwas zu erzählen, was ich noch nicht zu erzählen. Except für meine Katte. Siehst du, ich habe diese... ...kondition. Sehr unterschiedlich aus dem Parasite, aber... ...just so gefährlich. Mhm. Atsimia. Die Specyfiken sind eher persönliche, aber es ist eine Maladie, die ich gelernt habe. Und nicht ohne irgendwelche Arbeit. Was kommt an das, ist das. Immer so oft muss ich meine Hand auf einen künstleren, magischen Artikel. Und ich habe die Weave drin. Äh, Krankheit führt dazu, dass ihr Ruhe mal nie verschleben müsst. Darüber will ich mehr erfahren. Wie hat Gegenstand sprechen hier? Wird es den Gegenstand nicht ruinieren? Ja, wichtige Frage. Okay, ich weiß nicht, ob ich das umfangen will. Ich weiß nicht, ob ich das umfangen will. Das ist das, was ich zu sagen. Ich brauche dich, um mir zu helfen, zu finden, die magischen Artikel zu konsumieren. Das ist wichtig. Darf ich es sagen? Kritisch. Oh, ja. Wir haben bereits gemacht das Begründnis. In Wahrheit, du hast einen in deinem Begründnis. Du wirst dir selbst wissen, wie schwer war dieses Artikel. Und es wird nicht leichter sein, wenn es noch mehr braucht, um meine Angst zu erinnern. Es wird gefährlich sein. Oder großartig kostet. Ich möchte die magischen Gründnis halten. Da weiß ich nicht, ob ich sie euch nicht vorziehen werde. Oh Gott. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ich hoffe, ich kann auf dich counten. Ich habe ein bisschen Nahrung. Ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, ob was wir hier raus schaffen. Schloss knacken können wir gerade nicht. Ich weiß, dass es hier runter geht. Es gibt einen Weg nach draußen, wo man flüchten kann. Ja. Versuchen wir mal später. Gerade können wir hier irgendwie sowieso nicht. Was ist das alles? Ihr wisst da was. Ich würde mal hier eine lange Rast machen. Vor dem... In diesem Fall relativ in Sicherheit. Dann sollten wir mal irgendwann... Gesang der Rast... Sollten wir irgendwann mal denn hier... Mal zu den... Gehen dort... Wie war die Quest hier? Und hier das Ritual aufhalten. Aber erstmal... Wie lange der Rast... Oder zumindest erstmal zum Lager. Da können wir auch einen Tag hin. Jetzt müssen wir hier mal das Team... Untersuchen. Ich will eventuell mal... einen neuen mit ins Team nehmen. Gehen können wir sehr bitter gebrauchen. Aber wie ist es nicht auch... Oder die... Leigh Aids sind... Wenn die entspannen wird... Es gibt keinen Ort gebrauchen. Also... Mein Vater sagte... Mal gesagt... ... dass man kein Leben für ein Champion hat. Man nur antwortet. So war es für mich. Ich war... ...hunter neben der Kloakwood... ... als ich es hörte. Ein Kind... ...krieg aus einer Lone Farmstädte. Ich habe ihn in den fields... ...flankt von goblins. Ihre Mutter's corpse... ... bled in den Boden... ... neben ihm. Ich habe ihn nicht... ... I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild, the frontiers demanded a blade, and so I heeded. Schönes Gesicht mit dem Namen zu verbinden. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead with you as my ally. The future looks a little less daunting. Karlak's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it. And she was planning to return. One of the archdevils Zareel's own. Chaos incarnate, a devil with pure fire for her heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach. Even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlak might be taking. The damage she might be doing. A powerful friend with a keen interest in... Privacy. I'm sworn to say no more. Ah, yes. Well met. Make some room and I'm all yours. And if I knew what he is. And if he is a healer. A window. A window. A character bow. A window. I'll give my turd as well. A window of surveillance even though... A window of rien. I just brought a little shadow, so I would like to show them who will manage. To avoid events even when he is a healer. Even though she has speech. Without Ferrar as well. Uh, I actuallywave. Well I'm Gilmy. Yep, I am I now감이 now. Wo sind wir denn jetzt hier? Da ist Gil. Geh brauchen wir dringend im Team. Tut mir gleich für Schattenherz, aber sie ist am verzichtbarsten wahrsten von allem. Wenn wir da irgendwie mehr empfinden, wie der gut im Heilen ist. Ein Hater zum Beispiel. Und Kämpfe könnten wir auch gebrauchen. Weil bisher haben wir jetzt noch nicht so sehr gescheitert. Bisher funktioniert das Team, aber naja. Wenn du dich wieder herausfinden kannst. Ich hoffe, wir enttäuschen die nicht zu sehr. Instand hat ein mystisches Artifakt, sobald ihr das Riechtaut haben. Ok, wir müssen mal gucken ob... Hexenmeister. Oh je. Was kann er? Klingenbannen. Arme von Hader. Rüstung. Schuriger Strahl. Nee, du. Tut mir leid. Ähm. Stufen von Hader. Kann ich auch die können wir mit ihm machen. Aber... Das Team nehmen, tue ich denen nicht. Hexenmeister brauchen wir nicht. Da haben wir Gale schon als... Magier. Viel Zauber auswählen. Rähne. Kräfte da auch nicht wirklich. Verwünschen. Mhm. Bei den... Bei deinen Studien des okkulten Wissens, hast du unheilvolle Beschwürungsformen zu Tage geführt. Die Einheit des magisches Talents bringen. Rüstung. Qualvoller Strahl. Rüstung des Schatten. Tiersprache. Führer Schatten fürs Teufelsicht. Teufelsicht. Teufelsicht macht natürlich Sinn für ihn. Eine Teufelsjäger. Schattenverschmelzung. Hm. Tiersprache Rüstung. Tiersprache Rüstung. Mh. Mh. Äh. Ja, würd ich so machen. Zauber setzen Mikrotisch, ok Ah, ja Tut mir leid, aber dann würde ich dich doch wieder Ja, ich meine, ich brauch die nicht Irgendwie gerade nicht Ihr seid eine starke Kriegerin Ich kann sie mir brauchen Aha, Kämpfer Magier, Schurker Astarion will ich auf Kämpfer loswerfen Den brauchen wir als Schurken Ein Geh brauchen wir irgendwie auch schon Hm Das tut mir schräg Keh, so Schatten Schattenherz Taten dran Ich meine, die konnte gut Gut heilen, die hat gute Heilfähigkeiten Okay, die kann sich selbst heilen Ein bisschen Strahles Wissen Knaufschlag Sturmangriff Zerfleischen Ich meine, die kann eigentlich genau genommen Kann die nichts, was nicht Ist ein bisschen stärker als Astarion Aber Aktion, not Reaction Ich würde das so sehen Also, von denen sind die beiden sitzen Ich könnte Astarion ersetzen, aber Ich weiß nicht Das ist dann Dann nehmen wir Schatten Schatten Ich weiß auch noch, Schattenherz Heißt du, glaube ich Nehmen wir Schattenherz wieder mit rein I'm sorry, aber Das ist das logischste Ich würde sagen Was gut sie als Kämpferin ist Astarion ist unser Kämpfer Die haben wir auf Kampf geskillt Können wir weiter auf Kampf geskillt Er hat hier Können wir seinen Hauptangriff Können wir seine Mit den Döllchen kann er gut Können wir den Die brauchen wir erst Die brauchen wir erst mal nicht Die brauchen Schattenherz Erzeiterin Bis vor einem anderen Heil erfinden Ja, das glaube ich Auch wenn ich sie von der Karte Jetzt nicht, aber allein vom Aussehen Wir sind als Kämpferin Ich fand sie am Grander Eröffnungsszene Im ersten Kämpferin Da waren wir mit Schattenherz Und ihr unterwegs Da fand ich Das Schattenherz Irgendwie ein bisschen Hat im Kampf Schattenherz Irgendwie ein bisschen reingeschissen Und sozusagen Vielleicht können wir Schattenherz ein bisschen Zu Kämpferin Machen Wir brauchen sie auf jeden Fall Mit den Heilungsfähigkeiten All right Some company wouldn't hurt on the road Especially if there's trouble Ja, da bleibt das Team bestehen Würde ich sagen Ähm Sandvikin Astarion Astarion Der hat Der hat Der ist gut im Schloss knacken Und so Und wir brauchen Nicht bald das Team So Und gehe durch Und gehe durch Gehe durch den Hexen Möster setzen Ich weiß nicht Gehe es dann doch Ein bisschen besser Auch wenn der Wenn der magische Items Stuckt Mal mit dem irgendwas Im Inventar Was wir dem geben können Ich habe einen magischen Ring Wenn ich das so sehe Und wenn ich das so sehe Und wenn ich hier Das ist aber In der Kleidung Äh Den Ring Kann er haben Und sein muss Das ist nicht so wichtig Ich bin Na dann. Würden wir sagen, machen wir eine lange Rast und dann... ...schauen wir mal weiter. Tag beenden. Da war das rote Gewand wieder. Auf gehts. Obt man jetzt nicht so drehen, aber... ...schau. Oh oh. Was soll in der Mist? Shit. Nein, nein. Das ist nicht, was es aussieht. Ich versuche. Aha. Was ist es denn? Es sah so aus, als würde er mich beißen. Ich... Ich brauchte... ...well... ...Blood. Da, in der schmerzen Feuerlicht, siehst du ihn für was er wirklich ist. Ein Vampir. Ein Schlager. Als ob das noch nicht aufgefallen ist. Na komm, anruft dir einen Flock schnappen und dich auf das Monster stürzen. Oh Gott nein. 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 Ich habe nie jemanden. Ich habe nie jemanden. Ich habe nie jemanden. Nein, nicht das Essen. Ich versuche auf animen. Ich versuche auf animen. Fohls. Deer. Kobold. Whatever ich kann. Aber es ist nicht genug. Nicht wenn ich mich zu kämpfen. Ich fühle mich so... ...weak. Wenn ich nur ein wenig Blut habe, ich könnte besser denken. Ich versuche besser. Bitte. Wir sind wie geschwächt. Eine wunderschöne Sensation kursiert durch dich. Und dein Kumpanions-Mind schlägt. Die Geheimnisse, die halb veröffentlicht. Hm, hm. Ein Geist einbringen, um nach der Wald zu holen. Die wissen wir, was das braucht. Kannst du euch nicht einen Bären 거지 besorgen? Wie so irgendein Tier? Ja, so ein... Nein, ganz klar. Nicht, dass es irgendwann gegen uns ein Rund muss. Ich finde es doch bestimmt irgendwo ein Eichhund hin oder so. Wahrscheinlich kommt niemals wieder, er gehen lässt. Soll er sich einen großen Bier umsuchen, was sie töten? Das könnte so eine Scheiße sein. Es ist nicht Twilight. Obwohl, dann würde er glitzern. Finde ich bestimmt mal ein Komplett. Wir haben auf dem Weg einige Komplettes getötet, also vielleicht kann man da mal... ...ein diesem Licht. Ich habe nicht den Sonnen vor 200 Jahren, bevor wir hier sind. Jemand, oder etwas, möchte ich hier sein. Sie haben die Regeln verändert. Sie sind in der Sonne. Sie wenden durch einen Rund. Sie wandern in die Hände, ohne eine Verwaltung. Sie sind jetzt alle perfekt mundaner Aktivitäten. Was ist das Parasit des Gedanken Schinders? Hilfbrot kommt zu mir, wir setzen noch ein Boot. Ja. 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 Ich Loge. Und das war absolut los. Ihr tut gut. Und tellement. Sie sind auch sansregen... Ich bin frohest, wir brauchen die Mache, ob es euch passt oder nicht. Ich vertraue ihn mir, er wird uns nichts tun. Wenn es euch nicht gefällt könnt ihr gehen. Ja, vertraue ihn mal. Du wirst nicht entverstanden. Allerdings. Okay. Geschoss fangen. Ach stimmt, wir haben ja den. Was soll das nochmal? Dringend wollen wir ein Geschoss fangen, oder nicht? Ja, das waren die Handschuhe. Na dann. Lager verlassen. Wir müssen mal herausfinden, wie wir die, äh, nicht komplett in die Dame loswerden. Äh, nicht loswerden, sondern wie wir da, wie wir die befreien können. Äh, das sind das Tor, ähm, ja. Das können wir auch noch nicht knacken. Kannst du dich mal nützlich machen? Hm. Hm, wohl nicht. Wie kriegen wir sie hier raus? Na egal, wir haben erstmal was anderes zu tun. Ein Ritual aufzuhalten. Ja, ich kann auch noch. Das macht rein, da wollen wir hin. Da drüben. Was war das hier, oder? Sieht's aus. Ah, Mattis. Mhm. 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 Das sollte man mit Astarion machen, Bonus hinzufügen, ja auf jeden Fall. Yep, nice. Hey, hold on, du musst das bezahlen. Okay, keep it. Call it a sample, okay? Aber du musst zumindest nach den anderen Ringern, okay? Ich muss es essen. Äh, eher nicht. You'll be sorry about this, Scab. Count on it. Manchen gesehen, Jünger ist inspiriert. Erfahrungsmunkte. Okay. Sylvie? Oh, um, ich... Ich habe keine Geld oder nichts zu verkaufen. Mein Partner macht das. Was? Um... Ich bin die Gäste? Also, ich bin nichts zu verkaufen. Ich schaue dich. Mhm. Ich bin nicht genauer. Ich bin nicht mehr Infos oder? Ich werde meine Haute gehen, direkt mal! Sie ist ein Thief, Hellspawn. Und du wirst beinten, Korgis Jonge. Jetzt kommen Sie zurück! Ähm... Jetzt will ich gerade über die Tieren reden. Und mich hättet ihr inzwischen die Kompetenzeuge überrannt. Wo ich will. Warum? Was ist denn hier unten? Ich will keinen Ärger. Ich kann nicht einfach passieren. Sie ignorieren und weitergehen. Geht doch. Vielleicht können wir die durch die doch noch abhalten von dem. Hallo Bruno. Noch ein Bart. Du warst gerade an den Garten, nicht? Als die Goblins kamen. Sie sahen sie abgehoben? Ein paar Fragen, wenn Sie bitte. Es gibt kein Interesse. Und mein Desinteresse gehen keine Grenzen. Ich habe keine Zeit für Frauen. Na komm. Das ist auch ein Bade. Wie würdest du diesen besonderen Batsch von Goblins beschreiben? Größe, Natur, Qualitäten? Du recherchst in deinem Geist, erfolgreich zu erinnern, verschiedene Details des Goblins-Behäuers. Sie waren alle Goblins nicht richtig böse. Eine genaue Beschreibung. Ich habe das Tentatgeschäft nicht gesehen. Das war ein Invasionsdruck der Elphinen. Die Goblins wurden kontrolliert. Genau das. Oh Gott! Kann es sein? Wie schrecklich... Kompelling! Und der Drakon, den sie in der Reine kamen, war es von Brass- oder Silber-Variite? Wenn er noch einen Golddrafen mit Gitzern, Schuppen und Blechen und Flügeln... ...drafen wirklich wie Linkösch. Ein Golddrakon! Wie wunderschön! Danke für den Himmel, dass du hier bist, um zu spezifizieren... ... oder wie ich es mir gezeichnet habe... ...eine wunderschönes Lieche. Die letzte Frage. Dann bist du ziemlich frei. Hatten die Attacker zu den Absoluten, wenn sie auf den Garten fallen? Sie haben es, nicht wahr? Oh, sehr interessiert. Oh, sehr interessiert. Ich habe diesen Kapitän in diesem ganzen Camp... Sie berichtet, dass sie ihren Garten, Maglobiet, in Bezug auf jemanden, den Absoluten genannt haben. Der Skandal! Oh! Oh! Ich habe ihn sehr interessiert. Seit dem sie in der Frieden geändert hat... ... diese Garten sind in einem großen Anathema für ihre Garten. Ah ja, vorsichtig kommt, dann sind nicht viel mitleid bekannt. Wartet, warum habt ihr vorhin den Drachen erwähnt? Was fühlt euch überhaupt so tief in die Wildnis? Ach stimmt, wir können nicht. Oh ja. Ah ja, wir können mit ihm mal reden. Guten Tag, mein Freund. Oh, schade. Zu den Goblinskampen nahe, natürlich. Ich habe sie mit großem Geheimnis gegründet. Wer auch diese absoluten Wörterung sein kann, ich bin der erste, um es zu schreiben. Würde, dass wir freiwillig sprechen können, mein Ersheim-Friend. Alas, ich habe nie gelernt, zu sprechen mit deinem Kind. Ageniculamur in obra tua, pater arborum. Mmmh. Ageniculamur in obra tua, pater arborum. Hingva. Ja, ja. Oh, ein Schwein. Das passt jetzt sehr gut rein. Ich dachte, du warst Halsin. Der Böse pranzelt sich um. Halsch ist kletzend und nicht kletzend. Wo ist Halsin? Promete mir ein Freund! Was ist das Thema? Ich glaube, mit dir sind wir nicht so gut. Elven. Ah, ja. Ein Wädenkuh. Volltüner, ja. Nie lassen wir. Was habt ihr zu dem Fugel gesagt? Ich suche einen Hei, da könnt ihr mir in die Richtung weisen. Ich habe eine Hand verteidigt, ich bin in eurem Feind. Ich werde dich für einen Personen bezaubern, Freund. Nice, hätten wir schon mit eingeschafft. Ich... Entschuldige mich. Es ist nicht du, ich schaffe. Es ist meine Bräderin. Moor folgt Korga jeden Tag. Sie sind Angst, und sie gibt eine einfache Lösung. Ejecte die Flüchtlinge, und wir werden sicher sein. Klingt jetzt, sie müssten sie aufgehalten werden. Wie klingt das hin? Ich habe noch nicht gesagt, was sie mit dem Fugel macht. Ein Druid und ein Outsider. Wir können nichts tun, ohne die anderen gegen uns zu schieben. Nur Master Halsin kann das stoppen. Ich versuche, mein Fugel zurückzunehmen mit Nachrichten. Wenn nicht, dann schaue ich für meine Menschen. Wir können nicht mit dem Fugel reden. Können wir nicht. Oh, Gold. Was lagt da rum? Was lagt da rum? Was lagt da einfach rum? Sorry. Wo geht es denn jetzt zu der Dame, die wir treffen wollen? Du fütz. Ich schaue... Ich schaue... Ich schaue... Ich schaue... Na dann. Oh, okay. Sehr gut. Jetzt benutzt man den Aufzug nicht. Es war kein Karik. Gut. Du pass. Es war nicht Karik, die wir mit übersprechen müssen. Karik. Und wer ist denn der, der hier oben ist, oder... Nettie? Nettie? Sprich mit Kargau und der da war Nettie. Okay, wo könnte Nettie denn sein? Hier ist die. Und wo sind wir? Da drüben müssen wir hin. Gucken wir jetzt. Bär. Mit uns geht dann nochmal wieder. Oh, okay. Ja, ja, ja. Oh. Das war das. Ah, wenn wir es behalten hätten, das wäre jetzt gut gelaufen. Waren überzeugen, Sionus waren die edelsättigten Samen. Wichtiger als das Kind zu bestrafen, nicht wahr? Überzeugen sind aber gut. 15. Brandonus. Person bezaubern niemals. Hotel. Oha. Hilf. 13. Ja. Nice. Was? Haben sie jetzt getötet oder was? Haben wir sie jetzt gerettet oder getötet? Was wollt ihr? Diese Frau hat mehr Venom in ihrem Herzen, als eine Schnee in ihren Fangen. Aber zumindest ein Kind ist sicher. Was ist die Jugend, wenn nicht die Zeit, um sich für ihre Transgretungen zu vergeben? Sie haben als Trost sein Kind vorzuführen. Ja. Die Frau war nicht innozentig, aber das bedeutet nicht, dass sie schuldig war. Gehele von uns. Aber sie hat erlacht. Ich weiß das, Schau. Du fragst, warum ich vorhin war. Ich habe wirklich det Geburt. Ich wollte nur ein Blut mal erwischen. Ich bin soweit, aber die Sie es nicht. Ich bin ein großer Wunder, der mir ausmacht hat. Es ist niemals ein Schlaf, der mich zu verletzieren. Es ist vieles zu machen. Es ist nichts mit den Tadpolen nicht mehr. Es ist nichts mit den Tadpolen nicht mehr. Es ist keine Sachen mit der Tadpolen, Es ist, dass deine Imaginierung sich im Gefahr in dvor === Es ist nur etwas zu leben. ich muss das leben beschreiben. Es gibt viel, wenn ich ehrlich bin. Aber es läuft immer schnell so schnell, also kann ich es gestehen. Ja. Positive. Du kannst mir auf das. Nein. Ja, dann haben wir. Wir müssen. Keine Worte zu einem kleinen Mystery, nicht wahr? Leider ist es, oft weniger interessant. Außerdem, wir haben viele Rezonen für uns auf einen anderen. Du kannst nicht nur jemanden über einen Monster in deinem Kopf. Ah, ja. Hallo, Kaga. Lass uns doch mal reden. Nein, nicht direkt, aber... Ein Monster wird ein Kind bedrohen und aus welchen wir schützen. Dazu braucht man manchmal mehr Trausamkeit. Ja, Kinder bedrohen, das ist... Sie schützt ihre Fangen, schützt ihre Brut. Ich nenne sie Mutter, Sie nenne sie Monster. Kein Problem. Ich habe die Idol von Sylvanas zurückgebracht, und die Rechte hat geschlossen. Wir werden die Gräufe, frei von Gefahr, frei von Intrudern. Der Jesus muss Macht von der Magie entspringen. Ich habe nur meins, seine Leute werden auf der Straße sterben. Macht, was ihr wollt, und es kümmert mich nicht, nach der Waffe greifen. Nein. Ich soll jetzt weiter aufbrechen. Ich will Sie, die Zähler zu geben. Ich will Sie, die Zähler, die Zähler, aus der Gräufe. Ich bin sicher, sie werden Sie gut gewinnen. Sie werden, Sie werden, vor der finalen Versuchung. Wenn sie nicht, die Viper muss erheben. Sie werden, wenn sie nicht einmal zu sprechen. Alter Oh, sieben Oh, ein anderer Stranger kommt, um mich zu befassen. Was würdest du tun? Höhle mich? Grabbe meine Haare? Schuhe, bis meine Haare fliegt! Stuhl oder ein Lüge? Nichts ist hier notwendig. Geh! Bleib hier! Verdammt! Mhm, okay. Den Zafflor sollten wir finden, oder wie der hieß. Heilige Nettie. Die sollten wir da mal hin. Die mal ein bisschen stehlen, nachdem wir gesehen haben, was mit Steven passiert. Oh, Nettie. Kann ich was tun, um zu helfen? Würde ich warten? Nee bitte, ich bin doch wichtiger als ein Vogel. Gute Güte, nein. Hey, du. Sieht aus, als hätte ich die richtige Person gefunden. Ich mache was ich kann. Für die meisten Leute ist das genug. Komm hier. Lass uns einen Blick auf dich. Ich bin ja. Du bist ein bisschen gesund. Ein bisschen schmerzt in den Augen, vielleicht. Das ist schmink, ja. Ich sage es mal schonungslos. Ich habe eine Narve im Kopf. Ein Tadpole. Ein Mindflayer Tadpole. Ihr kennt die. Könnt ihr mir helfen? Wie ist noch andere? Mir ist ja... kein Vorstands-Abo gehüpft. Wisst ihr was? Ist egal. Ich hole mir anders vor Hilfe. Ich... Ich mache was ich kann. Komm. Ähm... Ich weiß nicht ob... Wir müssen schnell sein. Diesen Weg. Ich weiß nicht ob das... Ähm... Ob das so ein Kugeli ist. Kann... Kann... Kannst du erst mal sagen... Was genau... ... die Vorst. Das so ein Kugeli ist. Ich weiß ja nicht... Ähh... Ich weiß ja nicht... Ob das so ein Kugeli ist. Dieser hat das selbe Problem als du. Sieht aber nicht mehr so gut aus. Ich hoffe auf eine weniger tödliche Meinung. Ihr habt ihn getötet und auf einen Tisch gelegt. Ist denn jeder hier Gesangbeschüller besessen, dachte ich nicht, dass er so weit ist. Oh Gott, ich will jetzt nicht draufgehen. Ach du Scheiße, nein, 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 nein. Was machst du mit dem Stab? Was machst du mit dem Stab? Was machst du mit dem Teltodone dort? Äh... Was ist das für eine Pflanze? Sie schifft nicht einfach. Hesitiert. Etwas ist weg. Es könnte, aber die erste Dinge zuerst. Sag mir über deine Symptome. Habt ihr gemerkt, dass etwas strange passiert? Ich habe Angst um das Augenlicht. Was verschweigt die mir? Ich sage dir alles, was du musst wissen. Verließe mich an dem Stab. Ich will dir helfen. Aber ich habe es nicht geholfen, wenn du mit mir arbeiten. Äh... Nein. Ich habe es nicht verstanden mit dem von anderen Witz und Verbinden. Ich habe am Schiffen ein Video fallen, aber etwas hat mich aufgefangen. Den geretteten Nein, nicht seltsam, als ich will. Das Ding aus meinem Kopf verschwindet. Das Ding aus dem Grund... Ich habe es nicht geholfen. Das ist ein Kerner. Das klingt wie ein Dreh. Herr Halsen sagte, er war schwerer, als er überhaupt recht zu sein. Wie hast du den Parasite? Ich hoffe, das war kein Wien an dir anzusprechen. Gedankeschön an das Schiff. Ich wurde entführt und infiziert. Weiß es nicht. Ich bin einfach da drauf gewacht. Ich stelle da auch viele Fragen. Ein Mindflayer-Schiff? Aber Master Halsen war sicher. Schau. Du bist mit mir direkt, also ich werde mit dir direkt. Ja. Du bist gefährlich. Das weiß ich schon. Oh. Was ist das? Was ist mit diesem Zweig? Ähm. Das ist vielleicht die falsche Entscheidung. Die tütet uns und was nicht machen. Ach, was ist das? Wenn wir das jetzt klicken, sind wir tot, oder was? Verdammt, Mann. Ähm. Ähm. Ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber... Danke. Danke. Du weißt, ich habe mein Leben verletzt, Menschen zu behandeln und niemals eine Mindflayer-Infektion gesehen. Dann plötzlich sind es plötzlich viele von euch. Vielleicht mehr. Master Halsen und ich haben sie verletzt, studiert, versuchen, zu herausfinden, was in der Hölle passiert ist. Vielleicht wollen wir doch nur noch eine Heilung, bevor wir das Gift zu trinken müssen. Es sollte eine kleine Armee der Mindflayer-Infektion sein, aber du bist nicht. weirden Machten anzüglichen, du siehst perfekt normal. Die tötet gerade mal so noch und kommt. You can't cure what you don't understand. And as much as I know about Mindflayers, I can't make heads nor tails of this. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Mhm. Hard to say. But there's a lot we don't know. Infected. Folk like you have been converging on an old temple of Saluna. And I've no idea why. When Master Halsen heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get out of it. He joined on the spot. Whatever he found out of it. He didn't make it back. Ah, yeah. The thing is, I've sent birds to find him. But the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though. You're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone, carrying their parasite. If you can find Halsen and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? I can't make any promises. This is like nothing we've seen before. Yeah. But I know this for sure. Master Halsen is the only one close to understanding these things. He's your best bet to survive. Otherwise, that vials is your only option. That's not going to happen. Thank you. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is the all went to the old temple of Salunum. And Master Halsen didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Oh yeah. We have to see if we can do something with the thing. We can do something with the thing. If we can do something with the thing. Even if we can do something with the thing. I can do something with the thing. We should try it. Steinbett. First of all. Because I am on the timer. We should finish the card. Yeah. Thank you for watching. We'll see you in the next part again. In Beldos geht 3. Oh. Then we'll do the level up in the next. Then we'll do the characters in the next. Card. Stufenaufstieg is possible. So it's out. Until then. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020